Nee, der Heli ist genauso wie in allen anderen Battlefield-Teilen, das ist ne solide Sache. So, ich bin mit dem Lilbert auf dem Ring zu beben. Ich schnitt nicht mit meiner Hand hier. Ich komme mit und spring da raus. Ich werde direkt gelockt. Na klar, man kennt's. Ich weiß nicht woher. Ist nichts in der Nähe. Alter, hier sind alle Helikopter! Ach du Scheiße! Ah! Der Block ist raus. Down. Und... Nächster geht zum Attack-Heli. Bruder, was hast du gedacht, dass du mich erschreckst, Mann? Entweder hat er mich gesehen und gesagt, nope, that's not what I gonna do. Oder, äh, er hat sich genauso erschrocken wie ich. Ey! Was soll das? Nope the fuck out. Nope, nope. Über mir ist ein Detekt, äh, ein Lilbert. Bravo, es geht richtig ab. Okay. So, ich komm rein. Ich komm rein. Wie Helene Fischer in ein Konzert. Mit Gewalt. Dinger ist raus. Fuck, Mann! Ist alles so heiß gelaufen hier. Lol, ich hab sie rausgesnipert. Ich brauch mal hier ein bisschen Liebe. Ja, also HP. Ich bin raus. Tja, Bruder. Okay. Alter! Wenn du mir nicht den Kill geben willst, dann flieg nicht gegen einen Tower, Bitch! Was soll das denn? Was haben wir denn hier für einen Spaßvogel? Ich hab ne AA irgendwo bei, äh, F, also der Homebase. Mhm. Äh, über mir ist ein Helikopter. Oh, hier ist ein, äh, Tech Helikopter. Ich hab ne AA. Das ist sehr nice von dir. Ich werd jetzt hier gleich mal mit Tech Helikopter wahrscheinlich ein bisschen sandwichen. Wenn ich erfahre, wo der... Jesus Christ. Der fliegt grad zur Rakete weg. Ja, hier ist auch ein Lilbert noch. Ich bin unterwegs. B ist auf jeden Fall gut besucht. Ah, der ist ausgestiegen. Hier ist immer noch ein Attack Helikopter. Naja, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin gleich da. Okay, bin hinter Bravo. Lock geht raus. Ist down. Down. Ich werd von irgendwas gelockt, was ich nicht identifizieren kann. Noch ein Attack Helikopter. Wo? Äh, direkt über Bravo. Nice. Dann ist das der. Ich hab ihn... Lock das raus. Ich versuche ein bisschen... Oh. Er ist rausgesprungen. Nee, er ist... Er fliegt weg. Er fliegt weg. Ich hab ihn aber, ich hab ihn aber. Ist das down? Ja. Hinter mir ist noch einer. Ist ein Lilbert wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich seh grad nichts. Zwei Jets von Bums. Entweder war das ein Leg oder... Nee, keine Ahnung. Nee. Transport Helikopter vom Spawn. Richtung Bravo. Hihi. Wo kommt der Attack Helikopter? Äh, der ist jetzt über Charlie gerade. Okay, ich fahr mal wieder an die alte Position neben Delta. Ja. Ich fahr mal in der Nähe. 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 Delta. Zwei, drei, vier Leute. Da ist auch ein Quad, das rumfährt und... Schau mal in der Nähe und in der Nähe. Hier ist ein Panzer. Ich glaub eine AA steht auf einem Flugfeld oder? Ja. Ich seh ihn noch nicht. Wo kommt denn grad so ein Strahl raus? Okay, ist irgendwas in der Luft? Ich seh nichts. Attack-Heli. Wo? Bravo. Hat nen Lok. Zwei Raketen sind draus. Einer Treffer. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Oh, die ist Lower P. Ja, da legts auf mich an. Ihr seid so weit oben. Ist down. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Hat dann noch ne Tech-Idee, die kommt auf dich zu? Ja, ich flieg weg, ich flieg weg. Ich geh Richtung B. Mach ich komm mal hingefahren. Ja, ich krieg noch einen rein. Ich bin jetzt gleich bei dir. Ich bin gleich bei dir jetzt. Ich bin jetzt bei dir. Ja. Der kommt, der verfolgt mich glaube ich. Ja. Nice. Der ist immer noch oben. Naja, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Der ist ausgestiegen. Okay, ist tot. Nice. Jumped runter. Okay. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Derzeit ist frei. Vom Spawn kommt jetzt gerade Attack-Heli. Bei Delta steht immer noch ein Panzer. Was sowieso sagt der Luftraum? Ah, jetzt gerade. Komm, 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 komm. Eine Attack-Heli über Foxtrot. Alright. Jetzt hinter der Rakete, der der Großen. Ja. Ja, sehe ich. Ich greife mit an. Ah, doch schon volle Packung gekriegt. Der hat nicht mehr viel Downs. Well done. Jet über der Rakete. Kriegt den Lock hinterher. Delta greift die mit an. Ja, direkt auf Delta geht's halt komplett ab. Da sind richtig viele Leute unterwegs. Ja, ich bin da mit am supporten. Spawn da gerade alle. Ja. Das ist halt ein heiße Laufen mit Knarre. Ai, ai, ai. Delta immer noch Clusterfuck. Ja. Spawn da immer wieder. Ja. Einer down. Drinnen in der Halle sind die. Ja, ich versuche mal ein bisschen rein zu gehen. Oh, scheiße. Okay, ich muss raus. Okay, Luftraum. Little Bird startet gerade. Richtung Foxtrot. Zwei Little Birds Richtung Foxtrot. An der Großen Rakete jetzt. Ja, ich muss weg Richtung B. Bist du, wo bist du? Ah, direkt auf der Freifläche über Delta. Okay. Ein Little Bird down. Zweiter direkt überm Flugfeld. Ich sehe noch nix. Ich sehe noch nix. Ah ja, ich sehe es. Ist down. Ähm. Ja, Delta geht immer noch ab. Die sind da alle drin. Fahrzeug von Delta fällt weg. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ja, ich werde gelockt. Das ist eine Stinger von Delta. Das sind Stinger von Delta. Leiter. Little Bird überm Flugfeld. Ja, ich kann gerade nichts machen. Ein äh, Kampfgebiet startet jetzt. Kommt übers Flugfeld. Oh, Leiter. Bist du? Gibt's die Dölt. Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Ich weiß nicht, wo ich gelockt werde. Jet über Bravo und Transport über Bravo, aber der ist ausgestiegen. Ein Panzer auf dem Flugfeld. Okay der ist weg. Immer noch in der Halle drin bei Delta, holy shit. Ja ich versuche die ganze Zeit schon die da raus zu picken, alter. Ein Little Bird über dem Flugfeld? Ne ist ein, doch ist ein Little Bird. Ich sehe noch nichts. Ganz hinten bei Foxtrot ist der. Was ist das jetzt? Echos sind da bei denen. Ja ich sehe ihn, ich sehe ihn. Der Pferd fliegt an. Was? Oh ich muss weg. Fährt down. Äh Bravo wird angegriffen. Ich muss mal hoch. Drei Leute. Achtung, Attack-Heli bei Bravo direkt. Ja ich spür's. Ja die haben Bravo. Sollte er down sein gleich. Ja, ist down. Ja, Bravo oben drauf. Ja. Einiges. Äh, Little Bird bei der Rakete. Ich gehe zu Bravo hoch und versuche ein bisschen was zu machen. Ich gehe mit der Rakete. Zehn Leute oben bei Bravo. Wenn du dich hinter der Rakete versteckst, dann hole ich dich. Die sitzen oben und campen die, äh, mit Stingern jetzt ab. Hm. Muss jetzt ein vorsichtig sein. Yep. Down. Little Bird down. Jet kommt über Bravo rein. Little Bird bei Bravo. Ich sehe nichts. Ah, doch, ja. Alles klar. Seh ich. Okay, zwei Jets greifen jetzt Bravo an. Gucken ob ich einfach den wegkriege. Der ist nicht. Ich kann die Hälfte verbrauchen. Ich habe noch ein Little Bird hinter mir. Brauche ich Support auf jeden Fall. Ja. Wo bist du? Äh, Delta immer noch. Ich komme rum. Der ist hinter mir. Ja, ich sehe ihn. Wir kriegen einen Lock. Und. Down. Raus. Well done. Danke für den, äh, Ray to see. Sorry, ich habe gerade nicht aufgepasst. Ich glaube auf dem Flugfeld. Ich glaube irgendwas steht auf dem Flugfeld. Ist das eine Antike? Ja, Delta 2 geht richtig ab. Okay, der ist raus. Äh, zwei Attack Helis spawnen gerade. Direkt über dem Flugfeld einer. Direkt über dem Flugfeld einer. Sind drei Transportmaschinen gespawnt. Nein. Wollen wir aber nicht fahren. Haben wir noch mehr hier? Ne, ne. Sonst ist alles. Was müssen die da hin? Ja. 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 Ich muss da ein Stückchen näher ran, damit ich den blocken kann. Ja. Ja. Ich glaube da fliegt gerade jemand zum ersten Mal. Ja. 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 Jet in der Luft, ne? Mhm. Aber Delta ist dran. Den gerade zu bekämpfen. Ansonsten ist es gerade sehr ruhig in der Luft. Kampfheli spawned. Wo? Spawner? Aus deren Spawn. Okay. Ist aber schon ganz hoch in der Luft. Okay, das ist wieder ausgestiegen. Lock. Ich glaube, das ist ein Jet. Wo bist du? Ich bin immer noch bei dir auf der Freifläche. Ein Jet ist ausgestiegen. Jet ist raus. Ansonsten ist nichts in der Luft gerade. Alles unseres. Ansonsten ist ein Sport-Heli spawned. Ja. Ist gerade nichts anderes in der Luft. Das finde ich sehr gut. Das Sport-Heli fliegt jetzt zu... Ich glaube, Charlie. Bei B ist immer noch die Hölle los. Ich glaube, ich habe den gerade geboopt. Ich glaube, ich habe den gerade geboopt. Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, ich habe ihn mit dem Dings erwischt. Kampfheli startet. Aus deren Spawn. Und Little Bird. Richtung Bravo unterwegs. Wir nehmen gerade B ein wieder. Oh, fuck. Ich habe gerade irgendwo einer gekriegt. Ich helfe dir. Ich weiß nicht von wo. Ich glaube, ein Panzer. Das ist ein... Ja, ich sehe. Oder Panzer. Panzer oder Spieler. Ja, hier hinten. Direkt bei der großen Rakete. Ja. Ist down. Noch einer hier. Noch einer hier. Direkt hier an der... Okay, ist down. Äh, Kampfhubschrauber. Direkt über der... Über dem Flugfeld. Ja. Der lockt mich. Okay, wir haben zwei Kampfhelis. Ich pushe zu dir. Einer ist über Delta 2. Über den Gebäude. Und einer ist über der Rakete. Direkt über dem Flugfeld. Ganz, ganz, ganz oben. Okay. Ganz oben ist nicht so wild. Äh, D wird eingenommen. Okay, der ist raus. Ding wird eingenommen. Little Bird bei Bravo. Klapper hits. Ja, in der Halle. Wieder bei Delta. In den Containern sind die bei Delta dran. Ja, ich komme zur Hilfe. Da kommt was auf dich zugefahren. Ein Spot. Mhm. Ist down. Down. Lockt für mich. Da sind wir woher. Ich sehe nichts in der Luft. Doch ganz oben, Little Bird. Ja, der kann ja nicht locken. Fass, fass, fass. Okay, Little Bird ist raus. Immer noch bei Delta in den Containern drin. Ich komme mal zu dir. Ja, ich komme mal zu dir. Die kommen mit Panzerfäusten jetzt. Ich gehe mal komplett weg. Ja, besser ist. Ich sehe nichts in der Luft. All right. Keine Ahnung, wo der Locker kommt, wann. Ein Kampfheli ist ganz hinten, bei deren Spawn noch. Oh shit. Schon wieder eine Panzerfassung gekriegt von Delta. Panzer, direkt bei der Rakete. Okay. Kann mir gerade nicht helfen, weil die oben auf dem Tower stehen und mit Stingern drunter engen. Das übernehme ich nicht. Ich komme vorbei. Au, scheiße. Scheiße, der hat nicht mehr viel. Der brennt schon. Ich habe auch ein Little Bird jetzt. Ich habe auch ein Little Bird jetzt. Ich habe auch ein Little Bird jetzt. Okay. Bravo ist, glaube ich... Ich habe auch ein Little Bird. Bravo ist frei. äh, Jet kommt der ist ausgesprungen wir haben einen Little Bird oder einen Kampfhelikopter über C und einen Little Bird, der mich angreift der ist noch ganz hinten ok, der dreht ab Little Bird, ne kommt jetzt wieder ja der ist immer noch ganz oben ich bin an ihn dran, not hits ok, ist rausgesprungen, down da ist aber noch mehr unterwegs ein Little Bird war noch ganz weit hinten ich habe einen Little Bird bei Charlie, bei Alpha jetzt kommst du dazu? ja ich bin unterwegs wo ist er, wo ist er, wo ist er da kann ich sehen ich muss weg ich krieg hier irgendwo ein Lok her, ich weiß nicht wer das ist kannst du mir helfen? wir sind da ja, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin hinter ihm wir sind da warte, warte, warte warte, warte hast du ihn? Little Bird brennt ich komme links rum, ich komme links rum wenn er ums Haus fliegt ist er da hallo sind beide ausgestiegen? ne ne ne, der ist noch hier ne? ach da komm her jetzt hier ja sorry for killsteel alles gut äh, oben auf Bravo ok, einer down, sind noch mehr da? ja ja scheiße was ist das dinger wieder drauf oh, der hat mich getroffen der ist da unten und der ist mit runter gesprungen glaube ich warum leckt denn das so? das frage ich mich auch mal ich bin an den dran an wem? ach ist tot, ne ist tot ist tot Alter das war ne 70 zu 0 Runde holy shit das war sehr gut mit comeback alter mit dem gel ensignal oh 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 oh